Heutzutage wird ja sehr viel Wert auf die Optik eines Gaming-PCs gelegt, weshalb auch die Komponenten in den letzten Jahren immer schicker geworden sind, ohne Ende mit RGB-Beleuchtung ausgestattet wurden und so weiter. Aber was wäre ein schöner PC ohne vernünftiges Kabelmanagement? Egal ob ihr dabei auf gesleefte Kabel setzt, also diese Dinger hier, oder auf die normalen Netzteilkabel, eine gewisse Ordnung bringt extrem viel und deswegen gibt es heute mal einen kleinen Guide von mir. Ich bin Simon vom Kanal IT-Rate.de und wir legen auch einfach direkt los. Das Ziel wird es sein, dass sämtliche Kabel im Innenraum bzw. im sichtbaren Bereich möglichst perfekt verlegt werden. Das bedeutet einen schicken und geordneten Verlauf für die Stromkabel vom Netzteil und eine möglichst unauffällige Führung sämtlicher Lüfter, RGB oder zum Beispiel Front-Panel-Kabel. Auf der Rückseite quetschen wir den ganzen Kram natürlich auch nicht einfach nur irgendwie rein, sondern sorgen hier ebenfalls für eine gewisse Ordnung, allerdings ohne dabei zu übertreiben. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan davon, dass jedes noch so kleine Kabel perfekt geführt und mit dutzenden Kabelbindern festgeballert wird. Kann man zwar machen, jeder so wie er will, aber wenn man da nochmal ran muss, weil irgendwas fehlt oder getauscht werden soll, hat man doppelte und dreifache Arbeit. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass man bei den meisten Gehäusen sowieso nichts vom rückseitigen Kabelmanagement sieht, würde ich persönlich da keine Stunden an Zeit für investieren, sondern wie gesagt lediglich für eine gute Basis sorgen. Wir fangen jetzt erstmal mit ein paar allgemeinen Tipps an, sozusagen mit den Basics und verkabeln anschließend auch noch ein beispielhaftes System, damit ihr direkt sehen könnt, wie ich dabei immer so vorgehe. Tipp Nummer 1 ist erstmal ganz simpel. Viele Netzteile sind inzwischen modular oder auch vollmodular. Das bedeutet, dass ihr die Kabel noch selbst anstecken müsst und das bietet sich natürlich hervorragend dafür an, unnötigen Kabelkram zu vermeiden. Schaut euch also erstmal an, welche Kabel ihr überhaupt für euer System benötigt und schließt dann nur die an das Netzteil an. Den großen 24-Pin-ATX-Stecker braucht man sowieso immer und auch die EPS- sowie PCI-Express-Kabel, sprich die CPU- und Grafikkartenstromversorgung wird benötigt, aber in welcher Anzahl? Hat euer Mainboard einen 8-Pin-Anschluss, 8 plus 4-Pin oder sogar 2 mal 8-Pin und was braucht eure Grafikkarte? Das checkt ihr einfach vor dem Zusammenbau ab und steckt die ganzen Kabel dann ins Netzteil. Dazu kommt bei den meisten sicherlich auch noch ein Kabel mit mehreren SATA-Anschlüssen, das braucht man fast immer für zum Beispiel Speichermedien oder die Stromversorgung einer Wasserkühlung. In Einzelfällen kann es auch sein, dass ihr noch den guten alten Molex-Anschluss für irgendwas braucht. Tipp Nummer 2, nutzt den Platz, den ihr habt, vernünftig aus. Ich sehe es immer wieder, dass Leute einen Großteil vom Kabelsalat im oberen Bereich unterbringen wollen und da teilweise an die Grenzen ihres Gehäuses kommen, obwohl doch vor allem im unteren Bereich meistens sehr viel Platz ist. Da Netzteilabdeckungen inzwischen zum Standard geworden sind, könnt ihr diesen ganzen Raum da ruhig nutzen. Viele denken sich jetzt vielleicht, hä, ist doch eigentlich klar, aber ihr glaubt gar nicht, wie oft das anders gemacht wird. Früher war es auch tatsächlich nötig, die Kabel auf der ganzen Rückseite zu verteilen, weil man sonst den Deckel nicht mehr drauf gekriegt hat, aber die Zeiten sind eigentlich lange vorbei. Häufig gibt es unter der Netzteilabdeckung auch 3,5 Zoll Laufwerkslots für Festplatten. Wenn ihr gar keine HDDs verbaut, könnt ihr diesen ganzen Käfig komplett ausbauen und gewinnt damit eine Menge Platz. Selbst wenn ihr ihn nicht ausbauen wollt oder könnt, lassen sich in dem Käfig trotzdem einige Kabel unterbringen und zum Beispiel auch Controller für RGB oder Lüftersteuerung passen hier gut rein. Viele Gehäuse wie zum Beispiel auch dieses Corsair 5000D hier bieten übrigens eine Art Kabelkanal, der sich perfekt für das dicke 24-Pin-Kabel, sämtliche Frontpanel-Anschlüsse und teilweise auch für Kleinkram wie Lüfter oder Beleuchtung eignet. Tipp 3 Die meisten Gehäuse haben einige kleine Öffnungen bzw. Aussparungen rund um den Mainboard-Bereich. Auch wenn manche etwas fummelig zu erreichen oder teilweise etwas unscheinbar sind, zum Beispiel unten in der Netzteil-Ecke, kommt man in der Regel trotzdem an alles dran und man sollte natürlich möglichst immer den Weg nehmen, der sich am nächsten vom benötigten Anschluss befindet, damit wir im Innenraum so wenig vom Kabel sehen, wie es nur geht. Der vierte Tipp kann euch viel Frust ersparen. Wenn ihr einen neuen PC zusammengebaut habt, solltet ihr ihn erstmal auf Funktion prüfen, bevor ihr beim Kabelmanagement ins Detail geht, also erstmal anschalten, schauen ob er bootet, am besten noch checken, ob alles leuchtet, was leuchten soll und so weiter. Es gibt nichts nervigeres, als wenn ihr alles schön ordentlich verkabelt und festgezurrt habt, nur um dann festzustellen, dass ihr irgendwas vergessen habt, etwas nicht richtig angeschlossen ist, vielleicht ein Defekt vorliegt oder ähnliches, dann könnt ihr nämlich häufig alles wieder auseinander pflücken und quasi von vorne anfangen. Übrigens, herkömmliche Kabelbinder sind sicherlich die erste Wahl bei vielen von euch und die Dinger können auch durchaus praktisch sein, vor allem beim Festtoren von Kabeln an solchen Ösen im Gehäuse. Dennoch sind auch Klettkabelbinder oder allgemein wiederverwendbare Kabelbinder immer wieder eine gute und vor allem schnelle Sache. So, das soll erstmal genügen, jetzt verkabeln wir dieses System. Netzteil und Mainboard sind wie ihr seht schon eingebaut und alle Kabel, die wir so brauchen, sind auf der Seite des Netzteils eingesteckt. Ich persönlich fange eigentlich immer mit dem ganzen Kleinkram vom Gehäuse an, also zum Beispiel hier den USB-3 Stecker, USB-C und die kleinen Frontpanel-Konnektoren für Power-Switch und so weiter, HD-Audio etc. Das heißt, ich nehme erstmal ein Kabel, gucke auf der anderen Seite bei meinem Mainboard, wo ist der Anschluss, wo muss das Kabel durch, zum Beispiel jetzt hier der USB-3, den brauchen wir hier unten und dann stecke ich den da schon mal rein. Auf der anderen Seite wird dann alles also ganz normal erstmal angesteckt, zum Beispiel hier USB-3. So. Ich weiß, ich verdecke jetzt so ein bisschen die Kamera, aber es ist leider sonst schwierig mit dem Kamerawinkel. Dann kann man da schon mal so ein bisschen schauen, dass das Kabel auch vernünftig wegläuft, aber den Rest machen wir gleich von der anderen Seite. Die kleinen Stecker hier als nächstes, das jetzt auch alles und dann können wir auch hier das überschüssige Kabel sozusagen schon mal vorsichtig wieder so ein bisschen nach hinten wegschieben. Damit wir uns also dann langsam hier, ja, eine vernünftige Ordnung aufbauen. Kleiner Tipp noch für diese Audio- und teilweise auch USB-Stecker, die sind vor allem bei den Kabeln nicht so besonders schön und da kann man mit einem ganz einfachen Trick, nämlich einem Edding, das Ganze einfach ein bisschen dezenter machen, ein bisschen anmalen. Ist jetzt noch nicht super ordentlich, aber ihr habt das Prinzip, denke ich mal, verstanden und ja, wenn es getrocknet ist, dann steckt ihr das Ganze einfach hier an, wo es hingehört. Und wenn dann noch farbige Stellen sichtbar sind, dann kann man da natürlich noch mal kurz mit dem Edding ein bisschen rüber tupfen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall viel besser als weiß und blau-grün, keine Ahnung, was da alles bei ist, also so gefällt mir das schon besser. Dann hier oben noch USB-C. Das ist manchmal so ein bisschen störrisch, weil das Kabel relativ starr ist, aber zack, da sitzt er. Auch hier alles an überschüssigen Kabel nach hinten wegschieben und schon passt das. Die vorne eingesteckten Kabel kann man dann ruhig auf der Rückseite schon mal so ein bisschen verlegen, also schon mal grob ordnen. Wenn ihr normale Kabelbinder verwendet, dann würde ich die aber an der Stelle noch nicht festzurren, denn wahrscheinlich müssen die noch mal ein bisschen umpositioniert werden, wenn es gleich weitergeht. Aber wenn ihr zum Beispiel diese Klettkabelbinder habt, dann ist das ganz einfach. Können wir das schon mal hier, ja, zum Beispiel so ungefähr reinziehen und das wäre dann also schon mal so ungefähr der Verlauf für dieses Kabel. Dann geht es weiter mit den Stromkabeln. Das ist im Grunde der gleiche Ablauf. Wir nehmen uns also zum Beispiel das 24-Pin-ATX-Kabel und stecken das wieder an der Stelle, wo wir es brauchen, nach vorne durch, damit wir es dann da einstecken können. Und auch die EPS-Kabel, die ja eigentlich immer hier oben in die Ecke müssen, können wir schon mal durchstecken, damit wir das Ganze von vorne dann vernünftig annehmen können. Wie die Kabel dahin verlaufen, da kümmern wir uns gleich drum. Optimal ist es natürlich, wenn das Kabel genau auf der Höhe vom Anschluss rauskommt, denn dann läuft es halt absolut perfekt rüber. Das sieht immer am besten aus, geht aber nicht bei jedem Gehäuse. Da müsst ihr also einfach mal schauen. Manchmal kommt man auch so ein bisschen schräg von oben oder schräg von unten. Und dann stecken wir das auf jeden Fall jetzt hier erst mal an. Das sitzt schon mal. Schön machen können wir es dann gleich noch. Wenn es die Standardkabel vom Netzteil sind, also zum Beispiel die komplett schwarzen Kabel, dann will man da in der Regel auch wieder so wenig von sehen wie möglich. Wenn es gesleevede Kabel sind, dann möchte man vielleicht so einen schönen Bogen irgendwie haben. Das könnt ihr euch alles selbst aussuchen. Und jetzt werden wir es erstmal auf der Rückseite so ein bisschen fixieren und dann kann man das auch noch mal ein bisschen ordentlicher machen. Vorher stecken wir aber auch noch die EPS-Stecker kurz an. Das ist jetzt wieder für euch ein bisschen schlecht sichtbar. Ich lege wahrscheinlich einfach eine Aufnahme drüber. Auch hier kann man jetzt schon mal grob Ordnung machen und zum Beispiel die Kabelkämme an die gewünschte Stelle ziehen oder was auch immer. Aber die Details würde ich auf jeden Fall gleich am Ende machen. Wieder auf der Rückseite angekommen. Ihr merkt schon, man muss das Gehäuse einige Male hin und her drehen, sonst funktioniert das nicht so gut. Können wir jetzt auf jeden Fall mal schauen, wie wir diese Kabel jetzt vernünftig verlegen. Was erstmal auffällt, das 24-Pin ATX-Kabel. Das habe ich bewusst nicht durch diese Öffnung hier gesteckt. Wir haben eine hier und eine hier drunter. Sieht man so ein bisschen schlecht. So, da ist es besser. Ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden, denn dann hätten wir genau das Problem, was ich eben angesprochen habe. Dann kommt das Kabel entweder so schräg von oben oder schräg von unten. Das ist immer nicht so schön, meiner Meinung nach. Und bei diesem Gehäuse haben wir die Möglichkeit, vor allem aber auch, weil jetzt hier keine Lüfter oder Radiator oder so verbaut ist, dass wir also hier nebenher gehen können. Dann läuft es perfekt gerade. Gute Sache. Und in dem Fall würde ich tatsächlich gar nicht mehr mit diesem dicken Kabelstrang in den Kanal mit reingehen. Das wird nämlich dann alles ein bisschen zu dick. Vor allem an dieser Stelle, wo man das nämlich dann hier so rumknickt. Und ja, hier sind ja auch schon genug Kabel drin. Und es kommen bestimmt gleich auch noch ein paar Kleinigkeiten da mit rein. Deswegen würde ich dieses Kabel jetzt hier einfach ein bisschen zusammenfassen. Also zum Beispiel hier oben erstmal einen Kabelbinder dran machen. Da kann man auch zum Beispiel jetzt die Klettkabelbinder nehmen, wie ihr das möchtet. Und noch weiter unten. Da muss natürlich auch noch was hin. Wobei ich da jetzt erstmal gucken würde, wie weit wir das gleich noch runterziehen können. Je nachdem, ja, wie viel Platz wir gleich noch haben, wenn die anderen Kabel alle verlegt sind. Bei den EPS-Kabeln hier drüben haben wir eigentlich auch nur eine Möglichkeit, wenn man jetzt mal versuchen würde, das hier ja irgendwie noch durch diesen Kanal zu legen oder so. Das macht alles nicht so viel Sinn. Das würde ich einfach jetzt hier ganz gerade runterziehen. Auch da natürlich schön wieder ein bisschen zusammenfassen. hier an den Ösen festbinden. Oder ja, einen Kabelbinder festmachen. Und dann fällt das hier unten schon fast von alleine, ja, so auf die perfekte Länge. Das heißt, wenn wir das hier unten einfach so neben dem Netzteil parken, dann haben wir eigentlich keinen überschüssigen Kabelsalat, sondern wir gehen hier direkt rum. Und hier wird es ja dann eh festgemacht. Und somit sind die Kabel eigentlich da schon gut aus dem Weg. Bevor man mit der Verkabelung der Lüfter so richtig beginnt, sollte man sich einmal ungefähr überlegen, wo man denn damit überhaupt hin möchte. Wenn ihr jetzt kaum Lüfter im Rechner habt, dann könnt ihr natürlich einfach aufs Mainboard gehen oder ihr verwendet zum Beispiel so einen PWM-Hub, wie er auch hier schon im Gehäuse integriert ist. Vor allem, wenn es aber um sowohl das PWM-Signal als auch RGB geht, kann man natürlich auch irgendwelche Controller verwenden. Das ist jetzt der von der Wasserkühlung, die wir hier einbauen. Und den würde ich sagen, ja, kann man entweder hier oben super hinsetzen. Da haben wir eine Menge Platz. Oder man könnte ihn auch hier auf so einen 2,5 Zoll SSD-Cover packen. Aber ich glaube, die bessere Fläche haben wir hier. Das heißt, da würde ich mir jetzt also ungefähr die ganzen Kabel hinziehen. Und somit gehen wir einfach mal mit den Lüfterkabeln von hier oben aus der Ecke unter den anderen Kabeln her. Und dann haben wir hier noch die ausreichende Länge, um also da rein zu gehen. Bevor ich die AIO einbaue, mache ich jetzt hier schon mal um die drei Lüfter einen Kabelbinder drum, damit die halt wirklich gebündelt schön weglaufen. Und wenn die AIO dann im Rechner sitzt, so wie hier jetzt, werden wir erstmal auf dem direktesten Weg, der irgendwie möglich ist, die ganzen Kabel nach oben wegpacken. Das heißt einfach auch durch so eine kleine Öffnung, die da im Gehäuse ist, ziehen wir das alles erstmal rüber auf die Rückseite. Und wenn ihr das vernünftig macht, dann sieht man von vorne wirklich nicht ein einziges Kabel. Etwas schwieriger ist es, die Kabel von der AIO schön zu verlegen. In diesem Fall hier mit der Capellex Wasserkühlung haben wir jetzt nur zwei Kabel, wovon das eine sehr dünn ist. Das bleibt theoretisch sogar im Innenraum. Das ist nämlich hier der 3-Pin-Konnektor für die Pumpendrehzahl. Trotzdem werden wir erstmal beide Kabel nach hinten holen. Dann können wir nämlich am Ende wieder nur das Stück von diesem Kabel nach vorne bringen, was wir da auch wirklich brauchen. So, jetzt ziehen wir das hier noch so ein bisschen stramm. Und dann würde ich persönlich das immer so machen, dass man dieses dünne Kabel nach Möglichkeit gar nicht sieht. Das heißt, das legen wir sozusagen unter das Dicke. Und das etwas dickere, das kommt dann, wie gesagt, oben drauf. Und dann gehe ich dann hier neben dem Kühlblock her. Das heißt, zwischen der ersten RAM Bank und dem Kühlblock für die Spannungswandler. Und vor allem, wenn der RAM hier drin ist, seht ihr davon gar nichts mehr. Den kleinen 3-Pin-Stecker habe ich mir jetzt von der anderen Seite wieder geholt. Das heißt, auf der Rückseite habe ich jetzt immer noch so eine kleine Schlaufe. Und hier vorne habe ich jetzt nur den Stecker. Aktuell noch mit ein bisschen mehr Kabel, als ich brauche, damit ich den hier vernünftig einstecken kann. Ich weiß, ihr seht wieder fast nur meine Hand. So, jetzt ist der Stecker drin. Ich ziehe das nach hinten rüber. Und auf der Rückseite befestigen wir das dann noch so ein bisschen, damit das auch wirklich vernünftig sitzt. Und ja, ist doch wohl ziemlich aufgeräumt, oder nicht? Jetzt fehlen eigentlich nur noch die insgesamt zwölf Kabel der Lüfter. Wir haben sechs Stück und jeder hat zwei Kabel. Einmal wegen der Drehzahl und einmal wegen dem RGB-Anschluss. Und ich würde jetzt hier tatsächlich erst einmal alles kurz zusammenfassen. Das heißt, auch hier von hier drüben kommt ja noch der Lüfter, der im Heck sitzt. Das nehmen wir uns erstmal alles und setzen hier oben einmal einen Kabelbinder hin. Somit haben wir jetzt hier oben sozusagen unseren Ausgangspunkt. Und von dort aus müssen wir mit allen Kabeln noch hier in den Commander. Der hat passenderweise sechs RGB- und sechs PWM-Anschlüsse. Das ist schon mal gut. Und Stromversorgung müssen wir gleich auch noch herstellen. Ich werde das jetzt einmal kurz hier alles anschließen. Und das, was am Ende überbleibt, werde ich wahrscheinlich zusammenfassen. Also ich gehe nicht hin und packe jetzt jedes Kabel einzeln erstmal an den Zielort und packe dann da Kabelbinder oder was auch immer drum. Sodass hier irgendwo fest, was auch immer. Sondern das mache ich eigentlich so im Strang. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also wie gesagt, das kann man auf jeden Fall noch schöner machen. Wenn ihr Lust habt, da mehr Zeit zu investieren, dann macht das gerne. Ich persönlich bin der Meinung, dass das für die Rückseite vollkommen ausreichend ist. Das hier wäre dann die fertige Rückseite. Wir können auch gerne nochmal kurz die Abdeckung von dem Gehäuse drauf machen. So würde das dann aussehen. Und auf der Vorderseite sieht das Ganze so aus. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Vorne, wie gesagt, sehr schick und so wenig Kabel zu sehen, wie es nur möglich ist eigentlich. Und auf der Rückseite halt eine vernünftige Ordnung. Genau das, was ich mir vorgenommen hatte. Damit sind wir nun am Ende von diesem Guide angekommen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Vielleicht habt ihr ja auch noch weitere Tipps. Schreibt sie einfach mal mit rein. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg für euer eigenes Kabelmanagement. Dabei solltet ihr natürlich noch bedenken, dass jedes Gehäuse und allgemein jeder PC durch die unterschiedlichen Komponenten und benötigten Kabel und so weiter so ein bisschen unterschiedlich ist. Ihr müsst also manchmal auch selber schauen, wie könnte jetzt hier was am besten funktionieren und wo kann ich vielleicht meine Kabel gut unterbringen. Aber ich denke mal, das bekommt ihr schon hin. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass euch die Tipps geholfen und gefallen haben. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 2 0 0 0 0 0 0 0 0